Lord? Ja, my Lord. Augen auf, Männer! Gumbaya, my Lord. Gumbaya. Ziehen los! Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Nein, 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 nein. Boah, ihr habt doch wohl nicht mehr alle hört auf, mich so fertig zu machen. Was sollen wir für euch tun? Nein, lauf da lang. Unsere Bögen werden singen. Nicht den Weg mit den Fallen, das ist ein böser Weg, das ist ein schlechter Weg. Wir sind bereit. Lääh, lauft, 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 lauft. Ha, ha. Tja, das ist wohl nicht so wie... Oh, geplant. Die Bogenschützen machen mich echt fertig. Ich glaube, ich speichere doch mal. Speichern, let's play. Löschen. Und verlieren. Eigentlich wollte ich letztens sagen, mit Hoffnung im Herzen und Rückenschmerzen, aber irgendwie sind mir dann Zahnschmerzen in den Kopf gekommen. Warum? Auch immer. Schieß bitte zurück. Unsere Trücken werden angegriffen. Bogenschützen vorbereiten. Okay. Hallo, Ritter. Euch kann man doch schön... Ihr seid doch solche Trottel. Rottel. Zum Glück habe ich gespeichert. So, ihr geht mal da unten in Stellung, dass ihr auch alle schießen könnt. Und ihr geht jetzt da lang. Nein, ihr geht... Genau. Das ist ein Anfang. Sehr schön. Die Szenen sind gewachst. Welche Prüfung erwartet uns? Diesmal da lang. Die Armbrüche jetzt brauche ich mal ein bisschen schneller. Marsch! Die Bar... Nein, 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 Leute. Leute! Bitte nachdenken, bevor ihr irgendwo reinrennt. Aufs Schnellste! So, jetzt können wir mal eben schneller machen. Das dauert nahe Ewigkeit bis... Schnell! Nicht zu weit links laufen, bitte. Ich habe da Angst. Was sollen wir für euch tun? So. Armbrust schützen. Ihr fangt dann mal die Schwertkämpfer ab. Zusammen mit den Bogenschützen. Gebt uns nur ein Ziel. Ich hoffe, die kriegen das rechtzeitig hin. Besser gekommen. Ankommen. Würdet ihr bitte auf die windabgewandte Seite gehen, Gareth? Keine Sorge, Sire. Ich bin sicher, sie bellt schlimmer, als sie beißt. Die Verbündete sind unsere Stärkung. Naja. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Euer Zeichen, Sire? Sowas kann ins Auge gehen. Gehen in Stellung. Ich hoffe, du hast keine von den Küchengeräten mitgenommen. Es gibt Frauen, die sind geschickter mit der Bratpfanne als manche Ritter mit ihren Schwerten. Achtung! Geh los. Dann mal vorwärts. Augen auf, Männer! Oh, da sind sie ja. So. Hoffen wir mal, dass das gut geht. Ja, das schaut gut aus. Piu, piu, piu. Das ist schon fast wert, nochmal abzuspeichern. Eure Ritter stehen bereit. Bogenschützen? Alle Bogenschützen, bitte. Wir sind eure Leute. Hey, die rücken ab. Geile Sache. Äh. Nö, die laufen aber nur einmal rundherum. Oh, Mann. Ich hab mich schon gefreut. Nochmal speichern und der Let's Play. Jetzt laufe ich direkt in eine Falle rein. Ich sie es kommen. Spiel gespeichert. Und auf geht's. Unsere Truppen werden angegriffen. Bitte nicht den Speer werfen lassen. Bitte nicht. Ach, verflügt. Na gut, das war einer. Es hätte schlimmer sein können. Zusammenbleiben! Zum Beispiel könnte jetzt ein Meteor vom Himmel fallen. Boom. Eure treuen Bogenschützen. Das ist, das wäre typisch Murphys Gesetz. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. So, wo ist denn der gelbe Ritter? Ich hab hier... Ach, da ist noch ein bisschen gelb. Aber das sind nur ein paar Bogenschützen. Das sind die zwei. Ach, da ist er. Ja, da ist er ja. Ja, da ist er ja. Ja, das wurde aber auch Zeit. Hallöchen. Das ist ja mal fast interessant. Da kann ich mal wirklich Schwertkämpfer vorschicken. Wie schaut es denn dann hier aus? Piercing garantiert irgendwo wird er fallen. Am besten, ich luge dann mal da rein, da ich weiß, ob die hier oder da sind. Und alles andere... Ja. Ein Ausrufezeichen. Macht mal ein bisschen schneller. Dann schicken wir wieder Schwertkämpfer und Pekingiere vor. Die das Feuer auf sich ziehen. Mit erhobenem Haupt! So. Hier, da wird er hoffentlich bald mit entnommenem Haupt. Willge Gott mit uns sein! So. Mein Herr! Ihr kommt danach in der Linienformation hier vor. Wassen, Brüder! Vorwärts! Und dann kommen die Bogenschützen und feuern dazu. In Bewegung! Wir bewegen uns! Befehligt uns! Ihr... Ja, ihr macht auch mal irgendwas. Nein, die Bogenschützen sind viel zu schnell. So war das nicht geplant. Äh... Ja gut. Alles auf die Schwertkämpfer verbraucht. Was soll's? Aber hey! Der Ritter hat sein Pferd verloren. Welche Prüfung erwartet uns? Ritter hat sein Pferd verloren. Gibt es wieder... Könnt ihr die nicht anschießen? Auf geht's! Krieg! Ach kommt. Geht mal alle rein. Boah! Meine Armbusschützen werden angegriffen. Los Bogenschützen! Jetzt macht die doch mal tot! Ich hasse Erhöhungen. Zumindest wenn ich sie nicht hab. Ach, alles doof. Ich stürm jetzt durch. Die machen echt nichts. Die machen nichts. Komme ich hier hoch? Nee, oder? Komme ich hier hoch irgendwo? Ach, fuck! Ich lade. Das muss man auch erst mal sehen. Och nö, da hab ich gespeichert. Na gut, so schlimm war das also auch nicht. Gut, dann wird das schnell. Bis dahin kam ja nichts Böses. Und dann nehm ich gleich den Weg hier. Perfekt. Kriegen die erst mal ordentlich den Arsch voll. Na schön. Dann macht man hier kaputt. Dann schicke ich die vor, dass die schön die Sperre werfen. Die Bogenschützen kommen hinterher. Äh, naja. Irgendwie kommen die Verstärkungsbogenschützen noch nicht, aber die brauchen wir jetzt noch nicht mal so dringend. Wie ihr wünscht. Welche Prüfung erwartet uns? Mit Hoffnung im Herzen. Achtung! Ein Verbündeter schickt uns Verstärkung. Auf die Plätze, Männer! Das wurde aber auch Zeit. Los! So, ihr kommt und ihr kommt danach. Genau so läuft das. Piu, piu. Und jetzt weg mit dem Zeug. Wow, 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 wow. Okay. Aggressiver Ritter. Aggressiver Ritter. Ach du Scheiße. Ach, das ist, das ist nicht fair. Äh. Hallo. Lass sie nicht durch. Nein. Oh, jetzt geht der hier Aggro ab. Wie ein Schnitzel. Los. Hol die. Nein. Jetzt läuft er zu den Falschen. Los, lauft mal ein bisschen vor dem Weg. Er ist auch nicht mehr in seinen besten Jahren. Den kriegt man. Irgendwann. Aber sobald wir hier... Na, kommt. Ich glaube, wir können ihn auch abschießen. Das geht schon. Ja, das sieht gut aus. Ich habe so das Gefühl, dass die Ritter weniger aushalten als im zweiten Teil normal. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Schwertkämpfer Schieb. Vorsicht. Nicht, Leute. So. Ich spiele heute echt wieder wie eine besoffene Seku. Was sollen wir für euch tun? In eurem Namen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön. Wie ihr befehlt. Boah. Wie geht es hier weiter? Wir speichern erst mal. Jep. Spiel gespeichert. Tatsache. Gut. Jetzt müssen wir bloß noch den roten Ritter irgendwie penetrieren. Wo ist denn unser Held jetzt schon wieder? Da. Du. Wo ist denn mein Pferd? Oder ab jetzt? Reitet los. Hm. Da ist nichts meines Wissens nach. Aber hier möchte ich mal gucken. Hm. 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 Wie ihr wünscht. Also links lang. Sire. Befehle ich uns. Mein Lieber. Ich reite. So. Neue Befehle, Sire. Die Männer sind guter Dinge. Linienformation bitte. Und hier vorgehen. Warten bis die Schweine kommen. Warum können die eigentlich nicht in ihre eigenen Fallen treten? Na gut. Das war noch nie ein Stronghold zu. Aber jetzt wünsche ich mir mal diese Logik. Ziehen los. Hm. Das wird knapp. Machen wir es so. Das ist eine ziemlich breite Linienformation, muss ich sagen. Wow, 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 wow. Ausweichen. Och man, die haben ja schon wieder einen neuen Speer. So. Jetzt hier außen lang weiter. Um die Ruine rumführen ist leichter als in die Ruine rein. Beziehung. Endlich, Sire. Wir haben den Roten Ritter erreicht. Sieht aus, als wären wir gerade rechtzeitig gekommen. Naja. Hätte früher sein können, aber egal. So, ihr geht so hoch und battelt euch mit den Bogenschützen, sobald ihr es erreichen könnt. Unsere Bögen werden singen. Augen auf Männer. So. Ich habe sogar den Erstschlag vorteil. Wo, ha, 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 ha. Na schön. Mit Hoffnung im Herzen. Jetzt. Müssen wir es bloß noch schaffen. Spiel gespeichert. Hier außen rum zu gehen. Jetzt müssen wir es erstmal noch schaffen, um die Falle rumzulaufen. Das ist jetzt, glaube ich, die größte Herausforderung, wieder für meine Armee. Reitet mit Ehre. In dieser Mission. In eurem Namen. Wir sind bereit. Okay. Wir unten in Position gehen, bitte. Hey, es scheint doch zu funktionieren. So, mega viele Bogenschützen habe ich jetzt auch nicht mehr. Können die feuern? Ja, sie können feuern. Zurück. Hm, Trebuchets treffe ich noch nicht. Das ist schade. Würde das nämlich schon klappen. Ach, wisst ihr was? Lanzenträger haben wir eh in Mass. Auf geht's. Ihr werft dann eure tolle Lanze. Und ihr kommt nach. Das haut schon hin. Ja, ich hätte eigentlich gedacht auf die Bogenschützen, aber wenn ihr das so macht, was ist. Ja, ganz doll. Geht mal hoch, bitte. Ich verliere jetzt nicht hier. Na gut, sieht schon besser aus. Unser Leben gehört euch. So. Mein lieber Herr, hier. Verpiss dich mal. Scheiße. Ja, soviel dazu. Wenn man jetzt mal denkt, es funktioniert sicher, dann muss sowas passieren. Okay, nochmal. Gebt uns nur ein Ziel. Diesmal wohl doch lieber mit gepanzerten Truppen voraus. Sei er. Ist wohl doch besser. Für Ruhm und Ehre. Dann gehen die Einzelinstellungen. Ihr kommt danach. Die Armgeschützen haben wir ja auch noch. Die sind auch toll. Und du bleibst, glaube ich, mal hinten. Schon gemeint, dass sie sich hier verbunkert. Und teilweise können meine Truppen durch den Höhenvorteil gar nicht mehr treffen. Ah, gemein. So. Ihr geht hoch. Können wir gerne auch wieder volle Geschwindigkeit machen. Hier speichere ich sogar mal. Aber diesmal unser Let's Play 2. Nicht, dass jetzt irgendwie bei dieser Taktik doch total was schief geht. Und gar nichts mehr funktioniert. So. Ihr kommt jetzt dazu. Und ihr auch. Waffenschulter aufs Schnellste. So. Und dann wirst du so in Stellung gehen, dass ihr vielleicht die da oben treffen könnt. Na gut. Erstmal die Trebuchets anschießen. Das ist natürlich eine viel wichtige. Hm. Vor allem, weil die Trebuchets ja so eine riesen Bedrohung für uns sind. Ich hoffe, man hört die Ironie raus. Aber hey. Ich bin oben. Endlich. Bogenschützen nach oben. Armbrüster. Hey. Sein Pferd ist kaputt. Das ist toll. Ähm. Und gewonnen. Gute Bauchzeit. Ähm. Ich hab den doch noch nicht mal... Jetzt hab ich ihn getötet. Wir hätten schon gewonnen. Nur weil wir ihm das Pferd abgeschossen haben. Coole Sache. Nachdem Gareth Lady Leonors aus den Fängen des Roten Ritters befreit hatte und nach Camelot zurückgekehrt war, wurde er mit der Ritterwürde und einem Platz an der Tafelrunde belohnt. Nach einem langen Bad und den neuen Kleidern sah Lady Lynette den ehemaligen Küchenjungen plötzlich in einem ganz anderen Licht. Und man sah die beiden danach noch oft zusammen in den Burggärten. Ohoho. Ich dachte jetzt schon fast, jetzt kommt so nach einem langen Bad und neuen Kleidern sah Lady Leonors endlich wieder wie eine Frau aus oder irgendwie sowas. Okay. Dann wären wir damit fertig.